Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen zur Forest. Wir suchen immer noch die Waffenteile und hier ist kein großer Baum, wie ich dachte. Den habe ich woanders gesehen. War der bei der Yacht? Die Yacht war doch hier unten irgendwo. Der große Anker war glaube ich nicht die Yacht, oder? Ich glaube nicht die Yacht müsste dann Bucht darunter sein. Gucken wir einfach mal nach. Ja, habe ich mich komplett geirrt. Ich dachte das war da. Damit wir die 5 Meter sparen können quasi. Hier ist unsere große Mauer. Wo habe ich mir so im Fall gesagt. Es hat gilt ganz ships. D recuerden wirören. Mit dem Menschen coins. Dann machst du einen Unterunuz an. NeSMG hier sind glaube ich. Warte geht's. Er ist dein K South. Ich bin langsam echt am überlegen, ob ich mir so eine Interaktive... Vielleicht gibt es ja so wie bei Elite Dangerous damals, gab es so eine interaktive Karte. Bei welchem Spiel waren das noch? Könnte man hier auch gebrauchen. Ähm, gehen wir überhaupt richtig? Na. Oh. Nein! Yes! Hast du Pels? Nee. Okay, das ist... Ein Tier könnte nicht so ein Eichhörnchen sein. Wir haben kein Fell gekriegt. Was soll das andere Tier sein, ey? Jetzt bewegen wir uns wieder komplett woanders hin. Ah. Wo ist denn der Kompass? Ich will Süden. Denk ich mal. Weil die Karte gezeichnet ist. Okay, wir wollen nach Norden. Da bin ich gerade nach Norden gelaufen. Wir wollen die andere Richtung. Scheiße, ich bin nach Norden gelaufen. Ach man. Geht mit Heinrich nie in den Wald. Kommt nie wieder raus. Keine Puste mehr. Da lief schon ein Rudelkannibalen lang. Die haben sich ja vermehrt. Das ist ja unglaublich. Dann snacken wir mal kurz. Oh. Ja. Obst du erst mal in die Küste? Erst mal in die Küste. Irgendwo. Scheiße. Eisendrick. Nein. Keine Zeit. Noch ein Dumpel. Es sind schon viele Dumpel hier. Nur mal kurz gucken. Aber das war das Symbol mit dem Anker. Okay. Da ist die Yacht. Okay. Und da ist der Baum, den ich meinte. Yes. Das muss der Baum sein. Er muss es sein. Er muss es. Aber wenn hier so eine Piratenpistole hingelegt ist, dann müssen die ja auch schon hier ewig sein. Oh. Hat mich geirrt. So war es doch ein anderer Baum. Scheißendrick. Ja. Der Baum war es nicht. Doch hier. Ha. Ich wollte gerade aufgeben. Ups. Anzünden wäre gut. Das war alles. Gut. Haben wir den? Haben wir noch Dynamit? Nö. Die letzte Stange habe ich ja einfach weggeworfen. Ah. Wir haben hier schon. Okay. Große Hauptteil. Tücher mal mitnehmen. Oder Alkohol. Neue Pflanze entdeckt. Neue Pflanze entdeckt. Oh, das ist eine neue Pflanze. Aber ich kann sie nicht mitnehmen. Oh gut. So. So. Okay. Jetzt müssen wir mal kurz eine Dorf finden. Das war so ein Mitanglerstätte. Ich glaube, wo das E jetzt ist, das war es ungefähr. Zur Höhle war Norden. Zur Höhle war Norden. Und wir nehmen mal das Katana. Wir lieben das Katana. Alle lieben das Katana. Ach, wir haben ja keinen Sprengstoff mehr. Scheiße. Das heißt, ähm. Wir müssen, ja. Eigentlich hier die Küste entlang quasi. Kannst du das auch eigentlich wieder wegstecken. Weil ohne Dynamit brauchen wir ja gar nicht hinlaufen. Vielleicht schaffen wir es nochmal, äh, zur großen Kannibalen-Siedlung. Hoffen, dass da schon wieder was gespawnt ist. Weil wenn nichts gespawnt ist, dann können wir jetzt auch quasi nichts weiter suchen. Hier rein. Ja, und die Karte brauchen wir dafür auch noch. Toll. Dann einmal zu viel, äh, eine Dynamitstange zu viel geworfen. Ohne... Da! Das ist das, was ich meine. Kurz auf die Karte, Loki, Loki, Mann. Ah, es ist unter... Die untere... Ah, es ist unterer Dorf. Falsch gelaufen. Ich glaube, hier... Huch, Tuch, 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 Gip her. Hm. Nee. Kann ich auch nicht mitnehmen. Wie er getäuscht? Oh, ist schon offen. Äh, nice. Aber keine Munition. Gut, dann war der Weg ja auch nicht umsonst. Hm. Dann müssen wir trotzdem noch ins Eisgebiet. Ins Schneegebiet, auf jeden Fall da, wo es kalt ist. Aber wir sind scheiß Umzieklamotten. Aber wir brauchen trotzdem Dynamit. Lauf ich wieder richtig? Oh, wird schon passen. Und nochmal was essen. Trinken. Weil wir brauchen ja unsere volle Ausdauer gegen die Kannibalen. Ah ja, und in der Hauptbasis, da war ja auch nochmal, irgendwie sollen da so zwei Bäume direkt parallel, also nebeneinander sein. Oder, ja, ist das so eine Art, ich sag mal, man könnte sagen, die Bäume haben so ein Tor gemacht und zwischen den Bäumen ist dieser Punkt, den man wegsprengen kann. Bin hier zu weit gelaufen. Bin hier zu weit gelaufen. Aber das andere Dorf war riesig. Aber das andere Dorf war riesig. Also ich weiß nicht genau, wo das sein soll. Und das andere, also der Punkt halt, ne, und das Dorf ist ja auch groß. Ähm. Kann ja überall sein. Drumherum. Ich mach mir grad Sorgen, wo ist das Dorf? Oh, hübsch. Sag die Uhr. Mittag. Schmied dran vorbei. Drüber, drunter. Oh, hübsch. Oh, hübsch. Oh, hübsch. Oh, hübsch. Hm, schade. Einfach alles wegpacken hier. Weg, 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 weg. Och, laut. Hm. Ach, da lang. Geans. Hm? Ich bin mir nicht sicher, ob ich doch hier richtig bin. Oh, das ist ein blauer Bär. Gut. Ich snack mal ein bisschen. Yum, yum. Nee, aber hier ist doch kein Dorf. Dank dir, Kleiner. Boah. Wo immer das hier sein soll mit den... Oh. Ah, es sind mehr. Ah, es ist hier einfach. Sie ist tot. Okay, Zähne, Zähne, Zähne. Wo ist der andere? Ist das vielleicht der Baum? Nee. Schade. Okay. Okay. Wo war denn das Dynamit? Wird das schon wieder dunkel, ja? Hm. Ja, Tücher und so sind ja schon wieder da. Hier, eine, nur vier Stück. Na gut, mehr brauchen wir ja erstmal nicht. Aber wo ist jetzt dieser Ort, den ich in die Luft jagen kann? Hm. Hm, hm, hm. Hm. Wow, war schnell auf. Hm, wird doch auf der anderen Seite sein, aber ich glaube, hier sind wir langsam durch. Oh, alleinstehendes Haus. Zieh dich. Na gut, wenn du schon zu mir kommst. Wo ist es? Ah, komische Lichteffekte. Schade, ich dachte, ich gehe... Dann sieht es definitiv so beim Vorbeigehen oder so. Ah, ich habe unterschätzt, wie groß das Lager ist. Das könnte hier quasi überall sein. Ach. Ich dachte, das wäre so ein markanter Punkt. Den findest du schnell. Den findest du schnell. Scheiße ist es. Den findest du gar nicht. Erstens zu viele Bäume. Zweitens, äh, ja. Ja, scheiße hier. Ja gut, die eine Stelle mussten wir jetzt nicht aufsprengen. Das wäre eigentlich ganz gut. Aber... Hm. Shit, da, shit, da, shit, da. Shit, da, shit, da, shit, da. Na, da laufen sie lang. Ja, ich glaube, das brechen wir hier ab. Tut mir leid, aber... Ich sehe hier echt nichts. Schauen wir hier ein Licht an. Schade. Nee, ich würde sagen, wir gehen, wir gehen zurück. Das ist, ähm... Nachts suchen ist scheiße. Ja. Weiter, 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 weiter. Ich habe es sonst nicht gesehen. Ausdauer. So spät. Na, war er wo alleine. Was ist der Nächste? Machen wir Licht aus. Ja. Bezieht uns nicht. Dann ist mal nochmal schnell ein Kaninchen to go. Ach so, hier ist auch so ein kleines Lager. Ups. Ne, weiter. Chill, weiter. Machen wir Licht an, damit er was sieht. Klingt wie eine alte Tür. Oh, wir sind schon daheim. Komm ich da durch? Komm ich da durch? Ja. Huh. Hm. Ähm... Eine Sorge gleich mal kontrollieren. Sind wir wieder infiziert? Es geht ja mal rasend schnell hier. Oder wir könnten infiziert werden. Nö, sind wir nicht. Ähm... Die Lücke, die wir gerade da durchgekommen sind, war jetzt mal zu. Timber! Tadda! So, Köpfe sammeln. Ich weiß gar nicht, wofür wir Blätter und Steine brauchen. Und Stöcke. Hm. Ah, hier draußen brauchen wir die Köpfe. Hinten auf dem Boot brauchen wir noch Stöcke wahrscheinlich. Das konnte ich, glaube ich, nicht mehr abbrechen. Hm. Ah, da ist auch einer wie mit seiner Funzel. Ah, da ist auch einer wie mit seiner Funzel. Oh ja, ab. So, wie viele Waffenteile haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ich dachte, wir hätten 6. Okay, 1 im Lager oder um das Lager noch. Dann 1 im Schneegebiet. Hm, wo das andere war, habe ich vergessen. Welche Munition haben wir? 12. Noch weniger als ich geschätzt habe. Ich dachte, wir haben immer so 5 oder so gefunden. Fuck. 12 Schuss. Kannst du mal herstellen, von anderen Objekten benutzt werden. Okay. Was kann ich nur Sprengstoff machen? Hm. Was kann ich mit den 10 machen? Nur mehr Schaden. Schade. Oh, Gesundheit. Mixed. Wäre auch noch gar nicht gemacht, so. Und nun? Schon mal gemacht. Nee, das ist ein Ringelbogen. Na gut. Aber jetzt irgendeine Gesundheitsmixtur. Ach so. Stellt Gesundheit wieder her. Also es ist die natürliche Form von den Tabletten, die wir da haben. Zu wissen. Ich habe noch ein Bild. Stimmt. Das müssen wir aufhängen. Wird langsam die Wand. Und ich wiederhole. Das Kind hat ein Problem. Bei den Zeichnungen. Ein gewaltiges Problem. Was wir nochmal schnell machen. Na ja. Hier schon wieder die ganzen. Die sind noch da. Die esse ich mal nicht weiter. Ich warte, bis die wieder voll sind. Und dann esse ich die mal weiter. So, dass wir den Busch nie leer machen. Vielleicht kriegen wir wieder mehr davon. Ja. Ansonsten würde ich sagen. War es das schon wieder. Und. Ich gucke nochmal, wo die anderen Punkte sind. Und ich muss nochmal. Wir müssen nochmal gucken. Was ist das für ein Scheißtier? Wir haben. Na gut. Zwei Rehe fehlen uns noch. Was soll das ganz links sein? Beim Wärmeanzug. Das würde mich nochmal interessieren. Also. Ich dachte, er ist immer ein Eichhörnchen. Aber. Vielleicht gibt es noch ein Tier. Was ich nicht kenne. Gehen wir mal raus. Wir haben doch hier einen Reiter mit Tieren. Ja. Erkunde, erkunde, erkunde. Also es gibt ein Wildkaninchen. Waschbär haben wir noch nicht entdeckt. Es könnte ein Waschbär sein vielleicht. Schneekaninchen glaube ich nicht. Aber es könnte ein Waschbär sein. Oh, den weißen Hai haben wir noch gar nicht gesehen. Dann haben wir ja fast alle Tiere. Weißer Hai. Waschbär. Dann haben wir alle Tiere entdeckt. Aber wir haben noch nicht alle Pflanzen entdeckt. Ach, Pflanzen. Scheiß auf Pflanzen. Braucht kein Mensch. Ja. Gut. Soweit dazu. Ja. Ich bin deiner Meinung. Wir machen jetzt hier einen Break. Ich lege ihn nochmal schlafen. Wenn ihr noch irgendwelche... Wenn ihr... Ja. Ihr könnt gerne kommentieren. Gerne ein Like da lassen. Abo. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten geht die Suche nach den Pistolenteilen. Nächstes Mal weiter. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao. Ciao. Vielen Dank.